Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizme.TV. Heute mit allen, aus dem Sebastian. Und wir schauen uns heute an Customer States Compilation The Best of 2022, gewünscht von Iddebu auf Pizme.de. Da geht's wohl um irgendwie Werkstätten und Leute, die mit bescheuerten Sachen da hinkommen und sagen, das funktioniert nicht mehr. Das ist quasi... IT-Service-Ramme nur für Autos. Ja, okay. Hey guys, welcome to a new episode of Just Rolled In. Das ist ja mega gefährlich. Das ist ja mega gefährlich. Ja, da bist du... Ach du Scheiße. Ja, da musst du ein bisschen Lack drüber machen, dann siehst du das nicht. Ach du Scheiße. Wie die Tür schon aussieht. Alter, die Verarbeitung. Als ob. Oh mein Gott, da machst du die Türe auf. Oh mein Gott, da machst du die Türe auf. Oh mein Gott. Ja, wirklich so. Ja, wirklich so. Das ist wirklich so. Ja, ja. Also, muss er den eigentlich dafür bestrafen, dass er zumindest nicht mal da ganz kurz die Strohe wegmacht? Es kommt zumindest drauf an, was für eine nette Werkstatt du bist, ne? Ja, aber das kann ja auch der Werkstatt passieren, die haben ja viel mehr Wissen, also ist halt die Frage, deswegen würden die wirklich anfangen mit, haben sie den Stecker eingesteckt, so nach dem Motto, oder fangen die dann wirklich an, okay, alles klar, Motorhaube auf, unten drunter gucken und irgendwann festzustellen, da liegt ein Strohhalm irgendwo zwischen. Also, das dauert ja vielleicht auch lange. Also, das dauert ja vielleicht auch lange. Sogar dann Zeit reininvestiert und den Fehler erst spät merkt, das kann doch nicht auch sein. Aber ich bin erschrocken über die, also über die Arbeit, wie die Autos da teilweise verarbeitet sind, dass das überhaupt so legal ist. Alright, so, we'll go in, and we lock. Was? Leil? You can't tell me you ever seen that before. That's the first time I tried the key, because I always had to unlock it. Wie? I've never seen that before. Das ist doch fake. Alter. Also, du kannst, wie, wie kannst du denn den Motor starten? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich hat die, vielleicht hat die das hier irgendwo gekauft und jemand hat daran rumgeschraubt an dem Ding. Ja. Oder hat das halt niemals getestet. Aber wie falsch? Muss ein Auto verkabelt sein, damit das funktioniert? Vielleicht hat das ja absichtlich gemacht. Ja, vielleicht. Keine Ahnung, damit du schon mal das Auto gestartet hast, während du dich reinsetzt. Das ist einfach smart. Ja. Von Tesla habe ich auch teilweise Videos gesehen, die erschreckend waren, wie die Dinger teilweise verarbeitet sind, je nachdem, aus welchem Land die kommen. Und dann zahlst du da 120, 30, 40.000 Euro für. Was? Curry? Curry? What the fuck? Bah! Überall so. Hast du gesehen, was der alles ausgebaut hat? Das dauert lange. Das dürfte teuer sein. Wir alle Sitze raus. Alles. Ach du Scheiße. Was hat denn der da fallen gelassen? Customer States. Ja, ja, aber... Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Well, that was easy. Customer States. It sounds like a cowbell when he drives over bumps. The customer later found out that his friends pulled a prank on him. Wie geil ist das denn? He's a big boy. He's a big boy. Yeah, he is. Oh, my God. Not klar. Ha, 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 ha. I first know it was. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. This customer's concern is that they have a noise after they installed a new power steering pump. The customer ended up cutting out a piece of the frame because he said there was no room for the power steering lines. Yeah, no. Hey, hey. Wow. Today we have a 19 Chevy Silverado with 42. 30,000 miles on it. In for a, uh, large E-Bat leak. So let's just, let's just take a look. This looks really good. Huh? Oh, no. I think they forgot to take that out. They just pull out of their driveway and their cars stop moving. Holy shit. What the fuck? Oh. Unfassbar. Also, dass es da keinen TÜV gibt, ne? Ja. Ja. You ready? What the fuck? Yeah. What is that? Customers. I don't know what that was. I don't know what that was. Why do you want to take that out? Why do you want to take that out? Well, if the brake heats up, does it have to be found in it? That's a very good question. It states that they heard a pop while driving and then it started to smoke and then stopped working. What? Whoa. The mechanic said the customer declined further diagnosis and said he was going to leave the vehicle at the dealership to get repossessed. The customer came in for a tire repair. Repair? Tire repair. Just breathe. That's a Tesla. The customer states the vehicle they just bought has a noise in the front end. What? That is, that is. That is. That is. As if the cable is on the road. The customer states his ATV shuts off every time he turns right. Wow. That's what. The customer's car surprisingly drove to the shop and their complaint was that their engine was making a funny noise. Is that oil? The customer told the technician he only puts oil additives in his engine and no engine oil. Oh my god. That is fucking. This vehicle just came in for an oil change and the customer did not mention anything about these bullet holes. Oh. Oh. Yeah, good. But he had on the oil washing. Yeah. Oh, this customer. What the fuck? Welcome to America. What's on drive-by shooting? Hey, Leute. Ich muss mal Öl wechseln. Der Steinschlag ist schon heftig in America, ey. Gleich große kleine Steine, ja. Passiert's. Kies. Cargas repariert. Der hat in die Bremse geballert. Er hat in die Bremse geballert. Customer states. He just wants his control arm fix. Boah. Customer states always under hood. Was ist das denn? Da ist ein Stein drin. Was ist das denn? Da ist ein Stein drin. Was ist das denn für ein Schädel? I don't know what to say. Wie? Ey, ich hab keine Ahnung von Autotechnik und so, ja. Aber wenn du halt dir das als Mechatroniker-Ingenieur oder sonst was anguckst oder damit arbeitest, ich find wahnsinnig. Ey, ich muss aber auch sagen, wenn ich komisches Geräusch hören würde, ich glaub ich würde nicht selber da einfach nachgucken auch. Wirklich? Wirklich? Nicht mal eingucken? Einfach mal? Vielleicht hat sich ja wirklich ein Stein verfangen. Ja, keine Ahnung, da wo ich langfahre, kommen jetzt nicht so große Steine in den Motorraum rein. Aber ich kann zumindest nachvollziehen bei manchen Sachen, dass halt einfach ich da auch nicht drauf gucken würde. Bei manchen siehst du das ja auch nicht so unbedingt, weil die Motoren, wenn du die Motorrauber aufmachst, einfach so verbaut sind, dass du da gar nicht so viel sehen kannst. Außer jetzt Wischwasser wechseln oder Öl. Das ist bei mir auch so, ehrlicherweise. Das ist eine große Verkleidung. Und die Autos zeigen ja in der Regel, also zumindest unsere Autos zeigen ja auch Anwender, wenn sie krank sind. Ja. To this body shop after the driver had a guardrail. The technician said the driver didn't sustain any serious injuries. And it was towed to this body shop. So the customers insurance company. Holy shit. To look at it. Wait. That. Ohne. Injuries. Die Planke ey. Das ist ja echt zweiter Geburtstag. Wow. What the fuck ey. Da kann's das. Alter wie oft da Tiere drin sind. Oh. Oh. Customer states they replace some brake lines, but now he can't get a front brake pedal. Also alles mit Kabelbinden zusammengeflickt ey. Is that all schlecht? Customer states their dipstick broke, and now their vehicle won't start. The technician said the dipstick managed to wrap itself around the crankshaft's rocket, and dislodged the timing chain, causing the pistons to hit the valves, and the timing chain guides the brake. Das sieht nicht richtig aus. Die Kette sieht irgendwie sehr kaputt aus. Customer states the rear axle is broken. Let's get in the air and find out. The technician found that somebody saw it through the rear axle of this company truck. What? Er hat sie nicht gebrochen. Er hat durchgesägt. Er hat durchgesägt. Er hat durchgesägt. Customer states. The olunent looks like vom... My ballpark. comprendre der gibi plus. EheGڑl therapeutic a hundred lives. Here I see. Here I got you coming with that ballpark. Gary! Hey, concerning the wagon. That is super-gooode. Der? Hast du her dazu genannt? Oh my god. Oh god. Customer states their brakes don't work after they had a family member installed new brakes for them. The technician told the customer there was no oil on the dipstick, and the customer declined repairs. Eh? Wait, what? Customer states car will not start, it was towed in. It's a 2020 Chevy Spark. Let's go see what's wrong with it. Okay, put the key in. Hmm. No oil. Something right there. Yeah, I wonder why it won't start. There's no gas in it. Alright, now that there's some gas in there. Woah! See this motherfucker! Oh fucker! It won't start after the customer said he changed the oil himself. The customer ended up filling the engine with a total of 30 quarts of engine oil. The customer states his ATV won't start. My God! It's running slowly over, yeah, right? 28, man. Hey, are you not always in the small things only 5 in there? Yeah! Maybe more. Yeah. Ach so, das meinst du, ja. Oder 3? Ich glaube, ich schütte ab und an mal einen Liter nach oder so. Alle jubel Jahre. Also dadurch, dass ich zur Inspektion gehe, machen die halt Öl immer mit oder so beim Reifenwechsel oder so. Ja. Ach Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott, der ist eingepackt. Was? Der ist falsch rum. Oh nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist ein Ferrari? Oh nein. Hey, du fährst ein Ferrari, ne? Oh. Oh, ja. Oh. Was hat den den geklaut, alter? Ja. Auf'm Schrotplatz. Warum brauchst du eine Füße? Warum brauchst du eine Füße? Wenn der Künstler ein paar Akzessorien auf seinem Auto installierte, hat er nie eine Füße auf dem Circuit installiert. Der Künstler hat die Verbraucher und sagte, dass er den Auto rauskommt. Was? Und dieser bedasselten Chrysler 300 kam in für ein Ahrbag-Rekall. Ach, ist das hässlich. Wie bei dir auch. Scherz, April-Scherz, oder? So einfach dein Streichspiel. Wovon ist damit Lohnfall? Das ist wie so eine Splitterbombe. Aber hat es ja nicht übergegeben. Das ist ein Cluster-Grad. Ja. Das ist voll, Alter. Das haben die doch jetzt in der Werkstatt. Der Schimmel? Ja. Mold. Der Schimmel. Der Techniker hat die mehrere Lichter auf dem Dach und Mold in diesem Auto, welcher der Künstler nie etwas übernommen hat. Alter. Oh mein Gott. Alter. Ich denke mir immer, mein Auto sieht aus, ne? Das ist wirklich. Ey, das war einfach nur ein stabiles Wochenende. Alter. Und diese Highway, wenn ein Turtel plötzlich ein Windschirm stammt, der Turtel war still alive und wurde von der Windschild dann gebracht zu einem Anmelshelter. Als ob? Krass. Wie hart sind bitte Schildkröten? Das ist ein blankes Schirm. Was ist denn? Hä? Nein. Oh nein, komm. Du meinst, du bist ein Bumper? Oh, Mann, ey. Das ist was Weißes auf dem Bildschirm. Was? Irgendwann nicht verschraubt. Boah, Slicks! Alter, holy shit. Boah, ich verstehe jetzt gar nicht so okay, oder? Customer states that the tire light is on. All right, let's check these tires real quick. Oh, my God. Okay, what do you need? You want to put air? What? How much hair do you want to put in it? What? You feel like it's flat? You need more than air. I think it's flat. Der ist doch gestellt, oder nicht? Irgendwie muss ja Trump an die ganzen Wähler gekommen sein, oder? Also, er war auch viel verbogen. Der ganze Reihe, also, das ganze Ding schon war, da ist die ja echt länger mit gefahren. Alter, wie geil auch so. Ja, du musst dich wirklich gar nicht damit auseinandersetzen, was da passiert, oder? Du musst halt wirklich so ausblenden können, weil das musst du doch sehen, selbst wenn du dich nicht damit auskennst. Das ist halt einfach Mad. Du musst dir doch auffallen, dass dein Auto ganz anders aussieht, als alle anderen, oder? Also, so, jetzt Werkstatt mit der... Ja, also, auch so... Oh, Gott. Meth not even runs. His car is still on and start. This customer came in because he thinks his truck might need new headgaskets and wanted to pay the shop to tear apart the engine to check. The technician later found out that the customer recently tried doing the headgaskets himself, but reused the old headgaskets and put RTV silicone on them. So? Back. Customer states they want a checkover on their 1960 Volkswagen Beetle after they hired a Volkswagen specialist that installed new wheel bearings. This technician found that it was missing the wheel bearing races, and the wheel bearings weren't even greased, and on the other side, they installed the wheel bearings the wrong way. This vehicle was also towed in as it wouldn't start after they tried adjusting the valves on the engine. Das war gerade schon krasser Experte. The customer came in complaining that their speakers aren't working. The head unit turns on, but there's no sound. So I checked the fuse for the amp, and it's blown. And as soon as I put a new one in, it blew again. So I come over here, but to check the amp. And I think I found your problem, sir. That's a rotting pumpkin that is leaking. Oh my God! Warum riechen Sie das denn nicht? Wie kriegt man das denn? Also ich mein, kennt ja jeder, ne? Mal eine Münze fallen lassen, hoppala, unter dem Sitz gelandet. Oder Handy. Aber ein ganzer Kürbis. Nee, warte, pass auf. Ich kann dir das erklären. Du kaufst den Shit ein, wirfst den Shit hinten rein, trägst den Shit wieder raus, der Kürbis ist weg. Fuck. Auf Scheiße. Hab ich wohl vergessen. Ja, den muss ich dann ja im Laden vergessen haben. Habe ich überhaupt einen Kürbis gekauft? Weißt du, so wenn man selber an sich selber zweifelt. Halten wir mal fest, Peter hat auf jeden Fall schon mal einen Kürbis in seinem Auto verloren. Nein, nein, nein. Aber ich will ja mal ein bisschen Verständnis mit dieser armen Leute aufbringen. Nee, ich verstehe das schon, Peter. Also ich verstehe ja tatsächlich, ob man den darunter vergessen kann, aber so nach ein paar, also ich weiß nicht, wie lange der Kürbis braucht, bis der schimmelt, aber dann muss man das doch merken. Wir hatten doch einen Kürbis, wir haben den noch geschnitzt. Ja, was meinst du, wie dieses Auto von vornherein halt einfach riecht? Dass du das nicht mal schriechst. Ja, stimmt. Ja, aber selbst der normale Geruch, egal wie sehr das stinkt, muss sich doch verändern. Wenn ich das als Mechaniker aufbauen würde, würde ich ja so die Polizei rufen. Ja, der Alufolie eingepackter Schick. Der vermute direkt Kokaina. Ja, nur Trinkies. Oh mein Gott. Warum ist das? Ja, da ist nix mehr, weil noch irgendwie... Warum sind da Lautsprecher unter dem Auto? Oh Gott, mit Panmataid. Alter. Ja, ich weiß ja... Waffe, Alter. 80.000 Watt. Put on custom rims. Hier ist noise. Don't understand. Oh, fast. Ey, solange habe ich das Gefühl, wir können einfach eine Werkstatt aufmachen. Jeder ist einfach ... Automechaniker. State. My truck's all over the road. Looks like I've got a wee bit of front offset. Oh Gott, das ist scheiße. Wie? Warum? Nein. Was? 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 Das ist doch alles dumm. Oh mein Gott. Was? 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 Die ganze Vorderaufsäcke nur noch mit Blech, oder was? Ja, so an zwei Pfingens. An dem Restblech. Was? Junge, ist das die Titanic, die sie jetzt an Land gezogen haben, oder was? Dein, was ist das? Wo muss der Wagen stehen, damit er so rosten kann überhaupt? Tief, tief im Atlantik, Bram. Der muss ja wirklich in Salzwasser drinstehen die ganzen Tag, oder? Der Spot schlägt nach links, wie es auf Eis ist, in jeder Zeit, um zu accelerieren. Alter. Als sein Gast kam, hat er in der Pfanne geparkt, und der Mechanistin dachte, das Fahrrad war auf Feuer. Der Gast sagte, dass er auf seinem Jeep stoppt, also das ist, was er in den letzten paar Wochen gemacht hat. Ach so, als Heizung. Das nimmt er als Heizung während er fährt? Ja, das finde ich 10 von 10 smart, auf jeden Fall. Er kann nichts schiefen, glaube ich. Gesundheit, Dennis. Sofort Führerschein weg. Ja. Und nie wieder Autos fahren dürfen. Blue Light on. Blue Light on. You can't make it up. This customer came in, because they had a turkey and wanted their fog light replaced. and their vehicle choked over, poring any other damage. Oh, shit. Oh, my God. And this customer, unfortunately, drove into the ditch, after trying to avoid hitting a squirrel. Oh. Ei, ei, ei. Das kann ich mich so verstehen, wie das passiert. Du bist ausgewichen, und dann brauchst du halt einen Unfall. Okay. Aber manche andere Sachen. Hm. Gleift auch ein bisschen, oder? Ach so, scheiße. Das ist fass. Ah, mit dem Happen. Einfach wieder vorstehen. Stop and have a look at it. Customer states, light vibration on the front right. Was ist das? Das hat kaputt gemacht. Was macht der denn jetzt? 47.000 miles. The customer brought it in and just wanted a tune-up and oil change, as he hasn't changed the engine oil or done any service on his vehicle, since he bought it brand new. Ach, du scheiße. Wait, der hat seit 75.000 km gar nichts. Oh, my God. Geht doch. Wieso funktioniert das doch? It had a little bit of a rattle. Alter. Sie das auch immer mit ihren Händen anpacken. Ja, jemand kennt halt nichts mehr. Jesus was the last one to service it, but I think it was a pterodactyl or something. Ein Fliegerding, Peter. Still runs. Just rattly. This customer accidentally added washer fluid to both of his headlights. The customer said he mistaken the washer fluid reservoir with the headlights as they have rubber covers on top of them. When washer fluid didn't come out, he tried to add washer fluid to the second headlight and didn't realize his mistake until he brought the vehicle to the shop. Customer states right brake light won't work. Well, of course it's not going to work when you're this low on blinker fluid. Fuck, come on, guys. What everyone doesn't know is that when you're... War das letztes Jahr oder irgendwann? Da haben die doch... Da gab es noch Videos wo die wirklich gesagt haben, hey, wenn dein Blinker nicht mehr geht, muss die Blinkerflüssigkeit nachfüllen. Oh, stimmt. Oh, mein Gott. Aber der ist wirklich Leute gemacht. On blinker fluid, it also affects your brake lights. And this vehicle just came in to get new tires installed. The technician noticed multiple engine mounts were broken, which the customer did not mention anything about and the customer declined all the repairs. Das wie so Atmen des Herzens. So, yeah, guys, this customer company that our car making noise, I drive it, it creeped me out, I'm like, what kind of noise is that? Like, every time I put a magnet, there is a tank come out. What is that? They're coming out. What are so kleine Fläschchen? What is that? Is that not normally so a gas? and came in for an unrelated issue. What? What the fuck? Wie gibt'n der Gas? What the fuck? That was ja mega gut. Wie gibt's, wie, wie, wie? Du hast aber nicht genug Fantasie, Jay, muss man mal sagen. Da muss man auch mal ein bisschen effort zeigen. Na ja, wenn man drauf trifft, dann zieht der ja trotzdem an dem Kabel und dadurch gibt er Gas. Das Einzige, wo ich froh drum bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass ich noch bei keinem Auto, dass die das so gezeigt haben, dass da irgendwie ein Uberschild drauf ist oder so. Waaah, ja. That is just a few of the things they found wrong in this truck. Ähm. Hm. Ich finde Autos faszinierend, dass die dann immer noch teilweise gehen, ne? Oh Gott. Ja, das heißt ja eigentlich, dass das ein unnötiges Teil war, war, wa? Ja, gebunden. Customer states they have an oil leak underneath the driver's side of their car near their back door. Alter. Alter. Ach komm, das ist doch ein Witz. Lol. Lol. Das ist auch ein guter Schoss, der einfach. This customer's Subaru was towed to the shop for a no start concern. The technician said his shop refused to work on this car as it was a huge disaster. Wie setzt man sich denn da rein? Oh, ne witz. Ach du, das ist halt einfach eine Todesfalle. Ich wüsste darauf, was man anfassen muss, um dann keine Gewische zu kriegen. Interior light doesn't come on. Ha ha, jetzt komm, drück den Knopf. Oh nein. Customer states their fuel mileage hasn't improved ever since they bought this fuel saver online. Is that fuel saver? Fuel saver? And I'm just a messenger but the mechanics said this customer came in as a pink color of their vehicle doesn't change when they change it in their vehicle settings. Alter. Das würde ich auch zurückgeben, ja? Alter, ist das denn witzig? They hit a curb when they were at McDonald's. The technician was surprised to see the strut tower cracked at the spot welds and said he has never seen one this bad before. Okay. This customer brought in their vehicle to the shop to get a new exhaust installed as he says it sounds terrible and drags on the ground. The customer also mentioned he just recently had this exhaust installed by a friend. A dog was chasing this deer and it jumped straight over a customer's truck and into the backseat of another customer's truck and made a mess of the interior and then jumped out of the window it came through. Oh should this clip was sent in from a viewer who had this happen to the front of their automotive shop geworden. Ich habe aber trotzdem irgendwie gerade so das absolut krasse Bedürfnis, mal in die Garage zu gehen, um mal unter mein Auto zu kommen und so. Ja, aber du hast den ja, du hast ja selbst dich da rumgestraubt, dann wird der ja wahrscheinlich nicht so aussehen. Nee, der würde ja nicht so aussehen, aber einfach nur mal, um sicher zu gehen. Alter. Du hast ja TÜV in Deutschland, zum Glück. Ja, danke. Also auch, wenn manche Sachen ein bisschen seltsam sind, die man da einhalten muss, aber holy shit. Also, das war wirklich ein unterhaltsames Video. Vielen lieben Dank für den Vorschlag. Ich hoffe, ihr wart auch unterhalten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss.